Guten Morgen, da sind wir wieder. Wir fallen quasi aus unserem Apartment direkt ins zentrale London hinein. Wir wohnen ja an der Tooley Street und haben den nächsten Tag in der Hayes Gallery begonnen und uns sofort entschieden, den Queen's Walk zu gehen, denn genau das sind wir ja. Wir haben direkt allerdings gestoppt und zwar bei Bills, einem Restaurant, wo wir auch einen Tag zuvor uns einen Tisch reservieren konnten. Und ich zeige euch hier mal kurz herum, wie schön es dort ist. Ziemlich bemütlich, rustikal, viele Sachen selber gemacht. Ganz, ganz toll. Und es war gar nicht so voll, wie wir dachten. Es ist natürlich auch mitten in der Woche. Und da haben wir uns auch wieder ein schönes britisches Frühstück gegönnt. Hier mit Sandwiches, Eiern, Porridge, Haverschleim heißt das. Super lecker und echt gut. Die Leute sind auch sehr, sehr nett, also uns wärmstens zu empfehlen. Unseren Queen's Walk haben wir dann fortgesetzt, indem wir wirklich entlang der Bankside spazieren gegangen sind, noch ein paar verrückte Erinnerungsfotos gemacht haben, um dann hier direkt Richtung Westminster Bridge und Big Ben und Westminster Abbey zu gelangen. Und hier sind wir auch. Und heute, am zweiten Tag, haben wir uns entschieden, zu Westminster Abbey zu gehen, dort uns anzustellen, hineinzuschauen. Innen durften wir leider keine Filme oder Videos drehen, aber im Garten durften wir uns ein bisschen herumschauen. Und da haben wir euch auch ein paar Bilder mitgebracht. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, aber das mussten wir einfach machen. Danach sind wir wieder zum St. James Park gegangen, den wir gestern schon kurz gesehen hatten. Nur heute sind wir komplett einmal durch den ganzen Park spaziert und hatten das Glück, ganz viele Tiere zu beobachten. Viele Menschen auch, Schüler, wie man da sieht, kleinere Klassen. Das war einfach wirklich nett anzusehen. Und es war mal ein ruhiger Teil von London. Aber auch die Tiere sind da schon ganz schön busy und holen um ihr Futter. Also es war schon echt süß anzuschauen. Am anderen Ende vom St. James Park ist man dann direkt am Buckingham Palace. Und wir haben das natürlich genutzt, um viele Fotos zu machen, uns das etwas aus der Ferne anzuschauen. Der Verkehr rund um diesen Kreisverkehr war irre turbulent. Und wir hatten uns gedacht, von Weitem ist es auch ganz nett. Und sind dementsprechend mit ein paar Fotos weitergegangen Richtung Green Park. Das ist der Park, der zum Piccadilly Circus führt. Und an der Piccadilly Street sind wir dann auch runtergegangen und an diesem tollen Fenster hängen geblieben. Schaufenster. Und ja, dieses Restaurant Chichetti hat uns natürlich sofort gepackt. Da wollten wir rein. Italienische Küche. Und wenn man sich hier mal umschaut, guckt euch das mal an. Die Energie ist der Hammer. Alles Business People. Die sind alle ziemlich cool drauf gewesen. Und das wollten wir auch nachahmen. Deswegen haben wir uns da etwas komisch benommen. Aber das Essen war sehr, sehr gut. Absolut zu empfehlen. Tolle Küche. Nette Leute. Und ein super Ambiente. Direkt im Anschluss sind wir sofort zum Piccadilly Circus gegangen. Und schaut euch da auch mal um. Es ist irre, wie viele Leute unterwegs sind. Und ich wiederhole mich, aber es ist wirklich so eine wahnsinnige Energie in London. Überall ist was los. Alle haben so viel zu tun und sind busy, busy, busy. Und wir so ein bisschen verrückt, als wir dann endlich die M&M World gefunden haben. Kunterbunt und irre groß. Ich war ganz schön überrascht. Also sind wir so eine knappe Stunde auch dort drin gewesen, um am Ende nur eine süße Tüte M&Ms zu kaufen. Es ist einfach auch irre teuer, muss ich an der Stelle sagen. Aber ein Besuch wert. Dann sind wir direkt durch Chinatown gegangen und waren dann in Soho. Und da haben wir uns etwas mehr Zeit gelassen und einen großen Spaziergang gemacht. Zurück wäre schon etwas lang gewesen. Also haben wir die Underground genommen. Und waren dann wieder zu Hause an der Tulli Street und konnten abends hier nochmal einen schönen Nachtspaziergang machen. Und diese wunderschöne Skyline beobachten. Da guckt man direkt rüber. Man sieht hier den Tower of London, die Tower Bridge. Und wir stehen hier direkt vor der City Hall. Das ist quasi so das Rathaus von London. Und hier ganz viele schöne Bürogebäude. Und auch da sieht man wieder alles beleuchtet. Klar, die sehen jetzt nicht gerade busy aus. Aber das ist wieder auch ein Hinweis auf die arbeitende Bevölkerung dort, die wirklich vor allem meine Freundinnen an und nicht total gepackt haben. Wir haben uns gesagt, da wollen wir auch hin. Da wollen wir sofort mitarbeiten, weil die Energie der Wahnsinn war. Ja, unsere Energie war fast am Boden. Wir waren schon etwas ausgehungert. Irgendwie, glaube ich, haben wir eigentlich nur gegessen. Und sind da spazieren gegangen und haben hier im Drafthaus lecker gegessen. Und das wollte ich euch auch mal zeigen. Dann bis morgen.